Buchstaben im Schnee Hm, der Tag mit Adam war trotz des Streites echt super. Und dann sieht Adam auch noch gut aus. Und ich hoffe, er mag mich auch. Hm, das ist voll cool von ihr, dass sie das extra für mich gemacht hat. So was hat noch kein Mädchen für mich gemacht. Hallo, was machst du hier? Ich gucke den Schriftzug an, den du geschrieben hast. Wollen wir noch einen Schneemann bauen? Ja, können wir machen. Ich gucke den Schriftzug an, den Schriftzug an, den Schriftzug an, den Schriftzug an. Schriftzug an, den Schriftzug an, den Schriftzug an, den Schriftzug an! Untertitelung des ZDF, 2020